Er war letztens auch etwa ein 50-jähriger Mal. Er hat nicht gerne gearbeitet, er war arbeitsschulch. Er ist ihm zu Sinn gekommen, es wäre sonst einfacher, wenn er IV beziehen könnte. IV ist Inqualitätsversicherung. Er ging zum Doktor und hat der Doktor gefragt, ob er nicht etwas machen könnte, dass er IV beziehen könnte. Er kann nicht schlafen. Er schliessen. Er hat der Doktor gesagt, er soll uns Urin bringen. Ich habe einen guten Gabaldi. Aber heim hat er studiert, was ich eigentlich machen könnte, dass der Urin Kronkot zeigt. Dann hat er eine Flasche, eine leere Flasche Bier genommen und den Trichter geholt. Drinnen gesteckt, hat er ein wenig drinnen gebrunzelt, etwa zwei Ditzel. Dann hat er von der Katze auch noch den Urin genommen. Dann hat er gedacht, er nehmen wir ihn jetzt vom Hund auch gleich. Das Letzte musste ihm die Frau noch drinnen brunzeln, bis die Bierflasche voll war. Dann ist er mit voller Freude zum Doktor. Der Doktor. Der Doktor sagte, er müsse etwa eine Stunde warten. Ich warte so alleine. I'm still waiting for you. Nach einer Stunde hat der Doktor gesagt, ja guten Mal. Die Katze hat Durchfall. Und der Hund ist zölig, ist schläufig. Und die Frau geht mit einem anderen an. Also tut mir leid, aber mit zwei Zwischenpartnern kann ich keinen Frauen enttäuscht machen. Und sie können am Montag wieder arbeiten. Oh Gott! Das war's. Das war's.